Das ist Guido. Guido möchte einen Massaker veranstalten und ganz viele Leute verletzen. Da trifft er seinen Freund Udo. Udo ist schlau. Udo sagt, Mensch Guido, du musst doch einfach nur an Silvester ganz unachtsam sein und alle Leute mit Raketen abschießen. Das macht ja sowieso jeder, von daher fällt das gar nicht auf.